Da kommt der Apotheker, da kommt der Apotheker, da kommt der Apotheker. Dann gebe ich dir halt Feuerschutz, Lukas, oder Witz? Weil ich bin ja Sturmsodat. Ich hab Flankierpanzer. Ich hab sowieso keine Panzer, aber ich kann dir ja Feuerschutz legen, trotzdem. Ich bin ja Sturmsodat, wie gesagt. Ich glaub, hier durchzufahren, ich hätte... Sieht so geil aus! Sieht so geil aus, wenn ich dich hinterher laufe, Alter, bei dem Panzer. Oder Witz? Snipe mit K geschossen. Oder dich snipen. Okay, ich kann dir Deckung geben. Lass zuerst zu B gehen. Ja. Und Panzerwünsler. Wir müssen das Ziel zerstören. Die da drin sind. Kronaten reinschmeißen, Alter. Warte, 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 warte. Toll, die Geistkontakt kommt hier zurück, eigentlich. Toll. Toll. Was? Ich bin ne Brandsch, schießt da auf mich. Und ich hab schon gebummst denn drauf. Oh, hinter mir. Alles, mein Einsatz. Ein Einsatz. Mein Einsatz. Dann habe ich mich mit dem Runbacken. Die Gaswatcher aufgesetzt. Aber dann wird's gar nicht angezeigt, die Gaswatcher. Haha, den Scheiss. muss etwas zurückziehen, ich hab nicht viel Leben das ist ein feindlicher Sturm, Soldat K geschossen, meine Fresse, leck mich muss ich zurückziehen leck mich rückwärts wir haben Einsatzziel Berta ausgeschaltet ich krieg's gut, noch A, Alter ja, weil ich schon Feuerwehrschutzhilfe gebe mit dem Panzer, ist übrigens gut Feuer an, Leute vor allem musst du so schreien und so tun, als ob du wirklich hier drin nicht, Alter ne, wir sind da bestimmt geil mit Doktor, das wirft, Alter ja, da hat der Reifeuer, wir abgehen sag die Täter da hinten, geiert, Alter, wohin soll jetzt geht's zu B, Alter, jetzt komm ich vor mit dem Panzer Z-Boff gibt's hier nicht, oder? nein, ich glaub nicht ja, wenn wir noch 70 Leben haben, ist das eigentlich noch wie am Anfang nee, nee in der Nähe deiner Position ist ein Machtvoller was passiert leu, der Typ da oben wir haben mich poppt, der Huhnsohn wieder damit der Heuerige gekrochen kommt, Alter zum Boden, Alter, und Witz was für Lappen sind denn das? wundlich, und schade wir fisst euch da mal, Alter, oder Witz? wir drucken Unterstützung Lappen, Alter ich bin der beste Panzerfahrer den mein Team hat ich tue grad die Bomben mit draufsetzen, Alter, oder? ja, ja, mach, 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 mach okay, nice gut wir sind verteidigt wie mein Leben, Alter ein Einsatzziel nein, ich hab das Sniper, ich hab ich hab deine Waffe aufgesammelt, eingelappt ich bin deine Waffe gar nicht scheiß nein, hier liegen verschiedene Waffen, wo ich weiß nicht was meine ist scheiß nein, Multikill nein, die Garnade einfach rausgeschmackt weiß egal was Kugel Braufer steckt just, Alter ja, jetzt hat hier ne Granaten schmeißen worden weg da, weg da, weg da oh, ich hab Glück gehabt, Mann toll, wer... wer gefickt wurde wir haben beide Einsatzziele Ja Das hier... toll der war weg, wo es wurde er war ein kleinficher Artillerie, das Feuer einsetzt hier, die Hände, die Hände fahrzeugen scheiß kämpfen weil da liegt also ich bin als panzer ziemlich hilfreich weil ich die leute zurückhalte immer weil der batkrater tun ist es hört sich an dass wir hier jemand mit antrenierung ich höre die artillerie an sich nicht okay ich sehe aber die explosion ja die ball okay wo zuerst hin b oder a ok a ich glaube ich meine ich könnte ja machen wir mit dem dinge ich muss er kann ja auch markieren ja wir haben das ist jemand sonst an den dings jetzt ich glaube ich schieße das ding ab ich schieße das auch ab ohne witz kriegst du mich nicht und gepfickt du lappen alle lukas fixe dich du hundern ich komme jetzt mit runter er liegt panzer mien auf dem boden panzer mien pass auf einsatz ziel werter platziert das sind die däklasse gewesen glaub ich das sind die däklasse gewesen glaub ich das sind die däklasse gewesen glaub ich das ist die auf der straße liegen ah gut ah scheiß ich komme jetzt um rein ah davor das ist scheiß ah davor das ist scheiß die der alter wie die von hinten kommen die lappen mein scheiß wie sie von hinten kommen meine treffe nein nein der dachte er kann da drinnen in sicherheit liegen alter also mit und nicht der stört Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Das ist doch schon stark. Der Feind hat den Sprengsatz nach Einsatzzieher Albert entschärft. Das ist doch gut. Das geht ja nicht. Wir müssen A noch übernehmen. Sprengsatz an Einsatzzieher Albert platziert. Soll ich? Warte mal zurück du hessischer Hurensohn. Als ob er sich checkt in meine Füße. Wir schaffen das. Okay. Ah ist gleich eingenommen. Ja. Jetzt ist A durch. Wir haben beide Einsatzzieher erobert. Jetzt war es los. Und wartet durch die feindliche Artillerie des Feuereins. Wir haben beide Einsatzzieher erobert. Jetzt war es los. Und wartet durch die feindliche Artillerie des Feuereins. Okay. Joel wo zuerst hin? Wir müssen das Ziel zerstören. Okay. Wir müssen das Ziel zerstören. Halt! ... Hohenson, alter. Oh, danke, es hat den gebummt und hat mich gemessen. Krabbat, alter Weißt du, dass mein Vater kam rein? Ne, kam bis daraufhin in mein Zimmer nur jetzt, alter. Dann wollte ich mein Mikro. Wurde, Muri kam auch nicht rein. Nur, dass die nüchternen Warnia versoffen. Bis dann, wenn die älteren Sekunden ins Zimmer kommen, irgendwas rumlappen und dann... Ich vor allem wollte mit denen reden, ne? Ich bin schon im Einsatz von der Schreise. Ich bin schon im Einsatz von der Schreise. Das ist alles hier reingeschaffen. Mach mich nicht zum Pfingstbund. Ich bin schon im Kopf auf der Eingreise. Gut hier. Ich schaff'n wir da rund um. Das ist ein Sturm, Solta! Wir haben Einsatzziel Albert ausgeschlossen. Die Freundin ist ein Flammenwerfer! Der Flammenwerfer killt hat! was im flammenwerfer ist ein prozent sich hat ein prozent ein verschissenen prozent alter der lappen wie kommt schon vor was soll ich mich selber mit der reihe bei der eintrag k so was kenne ich Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Okay, du kleiner hässlicher Bastard, leg die Scheiße weg, mein Freund, Alter. Ich spreche uns auf meinem Einsatzstrieb. Ja, wir sind verteidigen, Alter, ohne Witz. Okay, jetzt bin ich ein bisschen gefickt, Vater. What the fuck, Mann? Du wirst von einem Verschissen in den Seiten gepoppt. Mein Sanitäter. Da drüben ist der Sanitäter. Oooooohhhhhh. Verkackt nochmal, Alter. Die Sturzeln da hinten rumrammeln, Alter, meine Presse. Wir haben beide Einsatzziele erobert. Die Basis, kein Unflug! Ja, das ist ein Genug, das ist ein Genug, das Feuer einstieg. Ja, das haben die gepatcht, dass man nicht mehr so schnell vorrückt. Oh, nein, ich hab's zum Glück noch überlebt, Alter. Auf geht's, Alter, weiter geht's. Oh, die sind immer so rumbackt, Leute, ja. Attackiert die neuen Einsatzstür. Das geht nicht vorwärts, Alter. Mit dem Panzer komme ich viel besser vorwärts, bitte, vielleicht. Da drüben ist ein feindlicher Schirmsoldat. Alter, macht den Fack! Leve's ganz wieder nach Sipps! Da in die Presse! Oh, mein Schiff. Ich hab' immer verschwissen Schleimteist, Alter. Ich will das mal sehen. Was hast du gesagt? Die macht den Einfluss wieder antauern oder was? Lol, ja, ich seh's. Ich seh's Schaden. Millimeter am Nahkampf ist übelst hart. 75 Meter. Ja, ich seh's. Das Ziel dort, zerstören! Zerstört das Ziel, los! Oh, Alter. Auf geht's, ist es wahr, ich verteidige meine Fressen. Oh, jetzt ist dein scheiß Sturm, der Dattner. Schieß, der Dattner. Schieß, der Dattner. Soll ich mal arschhaft machen, meine Fresse, macht arschhaft meine Fresse. Ich mach's halt grad, und der Dattner macht's ja nicht. Okay, los. Perfekt, nice. So, okay. Steigen Satz, an Einsatzziel Albert, platziv. Ich bleib' jetzt immer neben dir, ohne Witz. Aber da haben wir sicher einen Klagenhalter, wie sie bei dir links von dir, wenn ich gar nicht sicher bin. Einfach grad wieder links. Getroffen, lol. Ich hab' den euch mal getötet, einen gelassenen Sturm, das ist scharf. Ich schärfen wollte da runter. Oh, nein, 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 nein! Wir haben Einsatzziel Albert ausgescheint. Schaffte, das ist doch bleib! Schaffte, das ist doch bleib! Ich schaffte, das ist doch bleib! Ich schaffte, das ist mein eigenes Gas, Alter! Meine Fresse, wenn du mich immer anhältst und ich immer zu fünf Prozent absterb' ich immer an meinem Scheiß Gas, Alter! Oh, ne Witz! Aufpassen, der Sperr! Ich hab' die in die Eingänge fixen die ganzen Hände mit einem Schuss, ne? Fuck, hast du denn Glück gehabt, das ist einer Baster? Oh, denk mal, naja, ist gut, Alter! Loll! Mit einer Pasterbüchse, die denn in der Baum liegt! Und sein Bruder geht daneben! Mann! Wie soll denn die Scheiß? Ich gemerkt! Das Ziel dort! Zerstört es! Wir haben beide Einsätze. Wir haben beide Einsätze. Das will er umwandeln. Oh, komm! 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 Das ist eine feindliche Artillerie! Feindlicher Sturmkollder! Wunder, da liegt, Alter! Ich hab' Zeit sogar ... Ich hab' das Bucky und die haben's nicht mehr mal gehört, aber die Art der Liege Schotter, aber dieses Schlaglöpens war ein, oder witz? Guck mal, wie gut ich hier vorwärtskomme mit dem Panzer, wie gut wir das sind, Alter! Wenn ich hier mit dem Panzer rumfahre, Alter! Oh, ich bin aus der Diskanon-Spieles. Jetzt! Oh nein, die haben Landkreuzer! Scheiße! Was? Ich muss warten, bis die anderen ihn zerlegt haben, den Landkreuzer. Ich kann maximal mithelfen. Du kannst den, du kannst den anhilfen, ne? Du musst den nur von den treffen. Du musst den nur von den treffen. Du gehörst nicht an seine Seite geraten. Weil der, äh, äh, der leichte Fahrzeug ist so klein, dass die beiden Seiten nicht eine kleine Seite auf dich schießen können. Ich muss einen so nach ran sein, ne? Ach, du halber! Ich hab' mal jetzt ne gute Chance, den Sturmkopf auf dem so laufen. Guck, da ist noch schon. Schieß mir, schieß mir den Lechschieß! Oh, ne fährt er durch die Wand, den hab' ich vergessen! Ich schieß den, ich schieß den mit dem Zettler, mit dem Karkeschoss auf ihn, oder was? Schieß auf ihn los! Ich hab' das Gefühl, niemand sitzt bei ihm drin. Ja. Ja, ich sitz über da. Hau rein! Versuch hinter ihm zu bleiben, oder was? Weil ich hab' keine Karkeschossen mehr. Ja, ich hab' so raus, Leute, oder? Da rennt er, alter. Fahrzeug ausgeschalten! Das ist ein Panzer! Ich hab' kein Zutrauen und dein Fahrzeug, alter! Ich hab' den Typen gefunden, der! Soll! Der Fahrer! Ich bin Sliver, der! Nice, danke! Jetzt geht's besser vorwärts, der Landkreuz ist schon mal aus dem Spiel, das ist gut! Können wir besser vorwärts rücken! Oh, aber wer da drin sitzt, alter! oh, man! Entschuldigung! Jol! Und die Nets�를 fährt sie wieder. Platziert! Soỏ!!! Da drin! Der denkt das gut, alter! Ich mach' was nicht eingenommen, wenn ich hier stehe. Äh, ich mein-W natürlich. Weg geht zuerst, gut! Ah, wie schade bekommen von der Frank? der geht sowas von hoch, alter A auch, alter wo ist ein A, oben oder unten? ich bin gerade bei B wir warten kurz vor der Hälfte, Intonation hey, was? wir haben den Entschärven boah, du kleiner Hälschiger Bastard, alter so ein Scheiß, was habe ich denn hier, alter er dachte, er ist tot in mir, schießt mich ab, aber in den Gelap Sprengsatz an Einsatz, die Bertha platziert Bertha wird jetzt nicht hochgejagt, dafür sorge ich A, wird hochgehen, ohne Witz B geht hoch, B geht definitiv hoch, alter und A auch, alter wir haben gleich gewonnen, alter wie gut ich bin mit dem Panzer ohne Witz, alter wie ich es gerissen habe ja, Begete Note B geht hoch, B geht hoch, B geht hoch, B geht hoch wie geht so einsatznte Salbert's geschaltet geht hoch ja ja ich muss schon sagen also da mal echt durchgezogen hier da ist ja schön das sehr schön wir wirklich gut die runde ich komme ich bin die ganze zeit mit panzer gefahren der zeit unterstützt du bist dran ich hab drei sagen hochgesprengt oder 45 keine ahnung was besser sturm soll da hat ein gelappt aber nein kampfmaschine gelappt und er kriegt nur so ein kack ab und ein gelappt alter der ist an alter 41 0 du bist trotzdem erster gelappt na